Ja, willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart DS. Äh, ja, diesmal ist wieder Peach dran. Und ich hab es bis jetzt immer noch nicht geschafft. Special. Doch, natürlich, aber, ja. Auf den dritten Platz, ja. Ich hab's bis jetzt immer noch nicht auf den ersten geschafft. Ich hab's einmal probiert und dann hatte ich keine Lust mehr. Das ist bei mir öfters mal so. Aber so ist es ja auch egal, oder? Ach man, ich hab gedacht, ich könnte vielleicht von Donkey Kong ein bisschen Wind... Wow, ey. Wisst ihr, wie ass hier das ist, wenn schwerer vor einem ist? Wenn man so bei Röhren eingeengt ist. Ach, verdammt. Ich glaub, das hab ich schon verpasst. Die Stelle, wo man dann hier schon durch kann. Oder es war nur bei der Wien. Das kann natürlich auch sein, weil es ist nicht dieselbe Strecke wie bei der Wien. Das erkenne ich ja auch, aber... Ich hab gedacht, hier wär auch sowas. Könnt mich jetzt verbessern. Ja, hier war nix. Die Strecke ist auch viel zu kurz dafür. So. Oh, nee! Oh, nee! Hey, dritter! Ja, okay, die Runden gehen hier auch echt schnell vorbei. Das muss man auch dazu sagen. Und ja, ich hab noch genug Zeit eigentlich, um das auszugleichen. Ich feiere jetzt nicht wirklich schlecht, obwohl das nicht gerade ne Glanzleistung war da. Aber ich werd alles umgeschnitten lassen. Ich werd nur... Nicht zeigen, wie ich's schaffe. Ich möchte euch ja eigentlich hier nur die Strecken noch zeigen. Ihr wisst... Oder ihr habt gesehen, dass ich eigentlich... Schon... Mich sehr verbessert hab. Ja, habt ihr ja wirklich gesehen. Also... Ganz ehrlich, am Anfang war ich... Ah, nee! Ich wollt grad nen Pilz einsetzen. Wollts noch schön auf einen schleudern. Oder halt versuchen, mal auf einen zu schleudern. Aber es hat alles nichts genutzt. Und die sind viel schneller. Woher kommt das, dass die so viel schneller sind? Besonders Mario. Fällt mir so auf. Der ist ja ruckzuck wieder vorn. Wow! Hier geht's ab. Hier geht der Punk ab. Ja, gut. Knochen... Äh, tot. Ja, tot. Ich wollt grad schon Knochen trinken sagen, weil... Ich gesehen hab, dass es ein kleiner ist. Ich dachte... Ja, Alter! Nimm mir alles weg! Was ist denn heute los? Hier Geisterparty oder... Was? Alter, eh net. Nee, das gibt's doch nicht. Ich komm an den ersten nicht mehr dran. Fahr ich wirklich so schlecht? Ohne Scheiß. Fahr ich so schlecht? Schreibt's ja unten in die Kommentare. Ja, gut. Bowser schiebt mich nach vorne. Also manchmal diese Ausrutscher ins Gras, ja? Die... Die sind nicht so schwerwiegend, dass ich gleich... Ja, ich... Ich bin ja nirgendwo gegengefahren. Ich bin ja eigentlich perfekt gefahren. Okay, manchmal kann man auch Pech haben, aber trotzdem... Das regt trotzdem irgendwo mal auf. So eigentlich perfekt verwendet. Anders wollt ich's auch gar nicht verwenden. Eieiei, das ist echt... Ja, komm. Ja, gut. Nicht gegen Todd. Mehr will ich gar nicht. Nein! Was war das jetzt schon wieder? Jetzt ist er natürlich weg. Jetzt kann ich's wieder vergessen mit dem ersten... Platz. Ja, der hat jetzt natürlich hier... einen perfekten Schutz. Ja, ich wollte noch das Schlimmste verhindern, aber das ging nicht mehr. Deswegen bin ich da rumgefahren. Ah, es macht doch keinen Spaß mehr. Echt nett. Wieso sind die so asozial zu mir? Ich bin doch so... Sonst bin ich doch so gut gefahren. Ich war... Ich war... Teilweise war ich Erster und... Ich hab weit geführt, ne? Also... Und jetzt hier... Fünfter gleich mal. Ich mach eigentlich einen Blitzstart. Aber die sind trotzdem alle vor mir. Irgendwas passt da nicht. So, den Platz lass ich mir jetzt nicht mehr... Lass ich mir jetzt nicht so leicht nehmen. Ich will Erster werden und... Alter! Das regt auf. Wieso sind die so schnell? Die sind doch doppelt so schnell wie ich? Ohne Scheiß. Okay, ich muss auch zugeben, es ist nicht... Es sind nicht meine Strecken hier. Ja, guck dir doch mal Todd an. ETF, Todd ist von der... Hat nicht viel schnellere Fahrzeuge als ich. Gewählt, ja? Also, die haben da ja jetzt noch die Standardfahrzeuge von denen. Also, die haben jetzt nicht so gemischt wie ich. Hier, dass ich mit Peach mit dem Knochenbowser-Panzer da rumfahren kann, das ist auch... Das muss man sich ja erstmal freispielen. Ja, dankeschön, komm. Überholt mich alle noch. Na, kommt. Ich seh euch. Ah, egal. Das hat jetzt zwar nichts mehr genützt, aber... Wenigstens habt ihr gesehen, dass ich... ...doch noch was kann. Oder ein bisschen Glück hab. Und das ging mir eindeutig zu schnell. Komm, machen wir ein bisschen Überlänge. Na komm. Ich versuch's nochmal mit euch. Nochmal dieselbe Schoße, aber diesmal werde ich Todd nehmen. Und zwar mit... Lol. Nehme ich mal das hier. Ich will einfach mal ausprobieren, wie viel schneller ich damit bin. Ja, da steckt's. Power dahinter. Leute. Ja, es ist eindeutig schwerfällig, jetzt zu lenken. Aber... Ja, klar. Ja, einfach mal hier Gas geben. Ist ohne Rücksicht auf Verlust. Oh, Mann. Wieso fahr ich so schlecht? Leute, sagt's mir. Wieso fahr ich grad so schlecht? Darf ich immer nur... Ja, gut. Erster. Oh, ich fahr immer gegen dieselbe Röhre. Ich scheine wohl mit den Schwerfälligern wirklich noch meine Probleme zu haben. Ja, egal. Ich hätte ihn eh nicht mehr aufhalten können. Und dass ich dann noch in den Panzer reingefahren bin. Ach, egal. Ich bin auf jeden Fall mal auf dem zweiten Platz, nicht mehr auf dem dritten. Hat also doch ein bisschen was gebracht, dass ich schneller war. Ja, driften kann ich halt hiermit nicht so gut. Aber ich kann es. Ihr werdet es nicht glauben. Sogar ein bisschen zu steil, wenn ihr mich fragt. Äh, hallo? Oh, Mann. Man kann auch so... Also er lädt sich auch schlechter ab. Zack. Leute? Was ist los? Ganz ehrlich. Wieso werde ich hier gerade so fertig gemacht? Und wieso bin ich so schlecht? Und wieso bekomme ich immer nur einen Pilz? Königspilz? Das wäre jetzt nice. Hey, das hat mich ganz schön weit nach vorne katapultiert. Sogar auf den ersten Platz. Und ich bekomme nur Pilze. Okay, mit Glück gewonnen. Man darf auch mal Glück haben. So, 18 Punkte. Nice. Schön. Und jetzt kommt... Ah. Also hier, da freue ich mich nicht so drüber. Diese Strecke ist... Ohaah. Ja, klar. Sieht noch ein bisschen besser. Und ihr könnt... bei der nächsten Dart-WM mitspielen. Echt? Ja, klar, du... Das hätte ich jetzt auch mit dem schönen Panzer... hätte ich das locker machen können. Aber ich versuche es halt auch mal mit anderen Fahrzeugen. Das ist hier wirklich... Das ist hier das Pilzfahrzeug. Damit bekommt man so viele Pilze. Ah, das war so verschwendet. Ich habe das doch noch gesehen. Ja, komm, komm, komm. Scheiße. Peach ist da ab und davon. Ich bin fünfter. Das macht mir Angst. Und da vorne ist das Ziel. Leute, ich schmeiß gleich einen Controller an die Wand, ey. Scheiße. Verdammte Scheiße. Alter, ich bin doch so schlecht heute. Wieso bin ich gerade so schlecht in Mario Kart? Schon im letzten Part. Ja, lenken... Aber diese Kurve, die hasse ich auch. Da weh ich immer so schnittig rein und dann wird das nichts. Und dann fahre ich innen an die Wand oder in den Sand. Ja, guck mal. Yoshi trotzt nem Pilz. Ich hab ein ziemlich schnelles Fahrzeug. Muss man noch dazu sagen. Ja. Und... Er trotzt trotzdem mal nen Pilz. Und Yoshi ist nun mal nicht schnell. Nicht so arg schnell. Scheiße. Die fahren auch irgendwie schlauer. Hab ich so das Gefühl. Aber ich bin trotzdem erster. Jawohl. Also mir liegen solche Strecken tatsächlich mehr als diese... Engkürfchenstrecken, ey. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja, Leute. Und ich bekomme nur nen grünen Panzer. Jawohlchen. Und eine Bananenschale. Oh, wie toll. Aber ich bin trotzdem erster. Ach, nee. Aber es reicht nicht mehr, oder? Ja, Peach. Ich hab mich zwar vom dritten Platz auf den zweiten verbessert. Aber Leute, das war nichts. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.